Ops, jetzt habe ich schon gestartet. Die müssen sie jetzt erstmal einfliegen in die Kiste. Läuft die Strom? Jetzt ist sie schon in den Start oder was? Läuft, ja. Sind wir die jetzt zu weit nach vorne gemacht oder was? Nicht gehen. Der Motor sieht so aus, wenn er nach unten zeigt. Ja, das soll ja auch so sein. Achso, okay. Weil der zu viel Riss sonst macht. Da. Vieren. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020